Das könnt ihr von Anfang an in Berthainian mal mit singen und dann vielleicht hat jemand Interesse in Kriptkopien. Sag von wem ist das Lied. Das Lied ist von Alexander Atlas. Das ist auch ein Jude, vielleicht kennt ihn jemand. Dreimal war hier bei uns. Ah, der war dreimal hier, habe ich gerade gehört. Es war so, ich interessiere mich sehr für hebräische Sprache und einmal war ich in Israel und dann habe ich gefragt, wie sagt man den zentralen Text in Hebräisch, Johannes 3,16. Dann haben die Leute gesagt, wir singen das gleich. Und dann wurde das Lied gesucht und dann habe ich das Lied auch geschenkt bekommen. Ich war von Anfang, von den Beinen, kann man sagen, dieses Lied. Das Lied. Und dann haben wir das Lied. Amen. Und dann haben wir das Lied. Gott diese Welt so sehr geliebt, dass er seinen Sohn für uns Menschen gab. Dass wer an ihn glaubt, nicht verloren geht, sondern verloren am ewig redet. Alleluia! 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 Amen! Alleluia! 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 Amen! Alleluia! Amen! Alleluia! 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 Amen! Lamanu, Yamat, Kolemami, Yimbo, El Ayurcha, Chayim, Olam.